Diesmal machen wir einen gesunden veganen Mango-Chia-Pudding. Als erstes geben wir Chiasamen, Vanille und Reismilch in eine Schüssel und verrühren alles ein wenig, damit die Chiasamen nicht zu sehr verklumpen. Diese Mischung stellen wir nun für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Für das Mangomark nehmen wir das Fruchtfleisch einer reifen Mango und pürieren es optional mit etwas Saft einer Orange mit dem Stabmixer. Den fertig gequälten Chia-Pudding richten wir mit dem Mangomark an und garnieren ihn für eine schöne Optik noch mit etwas Zitronenmelisse oder Minze. Und schon können wir unseren gesunden veganen Mango-Chia-Pudding genießen. Falls du uns noch nicht abonniert hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wir posten jeden Freitag ein schnelles, veganes Rezept. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.